Wer ist denn in euren Augen der nächste King? King-Anwärter in den nächsten Szenen? Komm, ich mach's für euch einfach. In 30 Jahren. Wer ist der King? Gibt's sowas wie King-Anwärter? Siehst du so etwas in Nahe? Du hast ja bei Twitter, schreibst ja manchmal sowas. Es gibt doch Leute, die man feiert und Leute, die man nicht feiert. Also was für Anwärter? Ich mag CR7Z, sag ich nach wie vor. Ich feiere den. Es gibt noch ein paar andere Rapper, die ich abfeiere auf jeden Fall. Aber glaubst du, das ist der nächste King? Was ist denn ein King? Nächste große Nummer, wer ist das? Aber der muss ja erstmal viele Jahre auf dem Buckel haben und über mehrere Alben beweisen, dass er, deswegen könnte ich dir jetzt nicht sagen, wer das kann. Ich auch nicht. Es gibt einige Leute, die ich feiere und denen ich's gönne. Aber ich weiß nicht, ob ich's hinbekomme.